Willkommen meine Freunde zu der Weg nach Hause Teil 8. Wie ihr sehen könnt, wir stehen genau an dem Bild, was ihr braucht. Wie bei den anderen Titeln schon machen wir erst die Mission zu Ende und wir zeigen euch dann, wo ihr das finden könnt. Wie schon in den anderen Videos erwähnt, ob wir jetzt das Spiel wollen machen. Sehr schön. Jetzt haben wir die Spieler alle selber, ebenso alles, was dazugehört. Deswegen würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abo, Like und Washtime unterstützen würdet. Und auch gerne das Video teilt. Würden wir uns darüber freuen. Hier ist die Station, die ihr benötigt. Hier ist das Comic-Heft. Wir ziehen das Video jetzt auch nicht unnötig. Auf dieser Comic-Seite steht einfach Priya. Was? Dein Name. An den Rand gekritzelt. Guck, ich kenn den Teil nicht. Ich bin mir ziemlich sicher. Was gesagt wird. Erfolgreich abgeschlossen, meine Freunde. Wie gesagt, wir müssen auch alles selber suchen. Wir wollen euch unterstützen. Und zwar habt ihr hier den Punkt, wo der Kollege steht. Das ist das Foto. Hier ist der Punkt, wo ich bin. Und es ist hier in dem Bereich Verstrickter See. Steingraskaden. Ich hoffe, wir konnten euch helfen. Wenn ja, wie gesagt, abonnieren, kommentieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Aber wie gesagt wird das Thema impulset. Wir freuen uns und erst einmal. Wir freuen uns auf. Ihrredict machen dismutransformen. Untertitelung des ZDF, 2020